Jeden Tag früh aufstehen, regelmäßig arbeiten, eine Ausbildung beginnen und auch zu Ende bringen – für 24 junge Männer aus dem westfälischen Gladbeck war das bis vor kurzem noch kaum vorstellbar. Ein Modellprojekt mit dem Titel Der dritte Weg in der Berufsausbildung soll das nun ändern. Bei regionalen Bildungsträgern wie dem Gladbecker Verein Innova bekommen die Jugendlichen, die meist schon die verschiedensten Ausbildungen abgebrochen haben, eine neue Chance. Seit September 2008 stehen sie Tag für Tag in der Werkstatt. Hier machen sie eine Ausbildung zum Teilezurichter oder zum Ausbaufacharbeiter. Beide sind zweijährig und leichter zu schaffen als klassische dreieinhalbjährige Ausbildungen. Ins Zentrum ihres Konzepts vom dritten Weg hat das Projektteam von Innova die Begriffe Fördern und Fordern gesetzt. Zunächst einmal müssen die Jugendlichen hier so vorbereitet werden, dass all diese sozialen Dinge auch erfüllt werden. Das heißt auch diese Regelmäßigkeiten, Kontinuität in Abläufen und so weiter, die bisher brach lagen, dass die wieder, ich sag mal, diese verkümmerten Instinkte, wir nennen es mal einfach so, die müssen wieder erweckt werden, sodass bei den Jugendlichen auch klar ist, aha, der dritte Weg ist der Weg, den ich gehen will und der dritte Weg führt auch zum Erfolg. Damit die Jugendlichen am Anfang nicht sofort wieder aufgeben, wird großer Wert auf das Einüben und Einhalten der Voraussetzungen für jede erfolgreiche berufliche Tätigkeit gelegt, besonders in den ersten Wochen. Die ersten sechs, acht, zehn, auch individuell betrachtet, sind dazu da, den Jugendlichen erstmal zu stabilisieren, in Strukturen einzubringen, in tagesstrukturierende Abläufe einzubringen. Pünktlichkeit ist ein Thema, vielleicht nicht für jedes kleine Wehwehchen zu Hause zu bleiben ist ein Thema, auch nicht zu Hause zu bleiben, wenn die Freundin vielleicht mal Schluss gemacht hat, oder aber auch Krisensituationen, die hier in der Gruppe bestehen. Am Ende der Ausbildung winkt dafür ein Abschluss, der auch im Berufsleben seinen Wert hat. Der Weg dahin führt allerdings über eine echte Prüfung, und zwar praktisch und theoretisch. Stolz ist man bei Innova darauf, dass gleich fünf Jugendliche aus dem ersten Durchgang des dritten Wegs ihre Facharbeiterprüfung auf Anhieb bestanden haben, und die anderen lassen sich nicht entmutigen. Abschlussprüfung habe ich bestanden, aber ein Problem hat sich schon bei der Theorie gehabt. Theoretische habe ich ganz schön knapp, habe ich verhauen. Aber ehrlich gesagt, ich habe dann erstmal die theoretische Prüfung nicht so ernst genommen. Und dann habe ich dann festgestellt, dass das doch nicht so was Leichtes ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich die theoretische Prüfung geschafft habe, dann bin ich ein richtiger Facharbeiter, als ein Teillutzrichter. Und ich werde das auch versuchen, hundertprozentig zu schaffen. Im Ballungsraum Gladbeck-Bottrop-Gelsenkirchen gibt es zwar prinzipiell wenige Möglichkeiten, auf dem Arbeitsmarkt ausgebildet zu werden, trotzdem sieht Innova auch Standortvorteile. Der dritte Weg ist ganz bewusst auch hier im Ballungsgebiet angesiedelt worden, weil wir trotz alledem hier viele Betriebe haben, die bereit sind, auch sogenannte benachteiligte Jugendliche in Ausbildung zu nehmen, aber nicht ohne pädagogische Begleitung. Diese Unterstützung sorgt auch dafür, dass die Flinte nicht beim ersten Scheitern ins Korn geworfen wird, etwa wenn eine kunstvoll errichtete Mauer zusammenbricht. Die erste Reaktion? Man ärgert sich. Und dann fängt man nochmal von neu an. Werkbänke, Heizungslüftungen, Aschenbecher, Fenstergitter – in den Räumen der Innova ist vieles selbst gebaut. Und wenn die nächste Gruppe der Auszubildenden zur Prüfung kommt, wird wohl auch schon ein ganz besonderes Werkstück fahrtüchtig sein. Ein nach dem Vorbild der US-TV-Serie American Chopper getuntes Motorrad. Innova Gladbeck wurde im Zeitraum November 2006 bis einschließlich Februar 2009 mit rund 350.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Das ist ein ganz besonderes Werkstück. Innova G brown, der wir in den Räumen der Innovae. Innova G, das war ein ganz besonderes Werkstück. Innova G, das war ganz besonderes Werkstück.